Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talkradio. Die Ossis dürfen wählen und es ist egal, wen sie bevorzugen im Amt des Ministerpräsidenten. Der Bus, der sie in die große Stadt bringen wird, wird auch morgen nicht fahren. Der Kiosk kommt nicht zurück. Der Friseur bleibt geschlossen. Darüber reden wir heute im 30. Talkradio zur Rentenrepublik, um dann darüber ein Buch zu schreiben. Und wir beginnen mit, wie immer, mit dem kleinen Unterstützerdank an dieser Stelle. Franz, herzlichen Dank. Franz ist treu. Franz wohnt in einer Großstadt, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Johannes, herzlichen Dank. Andreas Moritz sagt, danke für die vielen interessanten Analysen. Florian schickt 20 und wünscht sich, dass ich eine Kopie an die Stadtbibliothek Dresden schicke, wenn das Buch fertig ist, damit er sich es dann ausleihen kann. Das finde ich ein sehr altruistisches Anliegen, dem ich nachkommen werde. Virtuell bin ich heute schon in Dresden. Man sieht hinter mir die wunderbar ausgeleuchtete Hofkirche. Martin, herzlichen Dank. Hendrik schickt 30 mit dem schönen Spruch, auf die nächsten 30 Folgen. Das Format ist sehr gut und wird hoffentlich nach der Fertigstellung des Buches weitergeführt. Ehrlich gesagt, ich habe die letzten drei, vier Wochen oder was hier nichts Neues veröffentlicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht am Buch gearbeitet habe. Derzeit bin ich im Stadium einer Sortierarbeit, die mir gar keine Zeit lässt, diese Art von Podcasts zu machen. Das heißt, die Chance ist sogar höher, dass es, wenn das Buch erstmal fertig ist, mehr Podcasts zu machen gilt. Denn die Nachbereitung, das habe ich bei Redaktionsschluss ja gelernt, ist vielleicht sogar größer, wichtiger als das Buch selbst. Aber mal gucken. Tim und Clemens seien hiermit auch gedankt. Also los, nein, wir werden heute nicht über die Sachsenwahl sprechen, über die Brandenburgwahl, über die anstehende Thüringenwahl, sondern wir werden Juwal Harari, dem wir uns jetzt schon mehrfach gewidmet haben, zuschauen, wie er bei Google spricht. Google macht Veranstaltungen vor den eigenen Mitarbeitern. Angeschlossen zugeschaltet ist die ganze Welt, also potenziell 100.000 Mitarbeiter oder wie viele es sind. Und sie dürfen auch Fragen stellen. Das ist hochinteressant und es passt in diese Zeit. Wir werden diese Besprechung von Harari bei Google allerdings rahmen mit zwei politischen Ereignissen. Und die wichtigsten politischen Ereignisse sind Wahlen. Zum einen in Amerika, also im Anschluss an das Gespräch von Harari bei Google, kann man sich ja durchaus die Frage stellen, wer jetzt was da umsetzt. Also es werden ja gleich Themen besprochen, Probleme aufgezeigt und man erkennt von alleine, dass das politische System mit dieser Entwicklung, die da problematisiert wird, nicht mithält. Oder vielleicht doch, macht am Ende vielleicht doch ein Kandidat einen Unterschied, ein Mensch im Amt. Oder sind wir dem schon enteilt? Man weiß es nicht. Es steht historisch aus. Die Wahl ist nächstes Jahr und es gibt Kandidaten im Feld, bei denen weiß man, die machen Wahlkampf von 1980 und es gibt welche, die machen vielleicht Wahlkampf für 2040. Und um auf diesen Brückenschlag am Ende anzukommen, beginnen wir mit einem Brückenbau, dann doch angefangen bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg. Allerdings nur, um jetzt schon mal darauf hinzuweisen, worüber am Sonntag, wenn die Wahlergebnisse verkündet werden, nicht gesprochen werden wird, nämlich, dass es im Grunde total egal ist, wer dort als Kandidat antritt. Und damit ist konkret das sichtbare Amt des Ministerpräsidenten gemeint, als auch alle Mandate in den betroffenen Landtagen. Solange dort nicht die AfD übermäßig in Amt und Würden kommt und dann die typische rechtspopulistische Bereicherungstaktik fährt, anstatt Politik zu machen, ist es im Grunde egal, weil die demokratischen Parteien werden halt die Themen, die aktuell auf ihren Tischen liegen, sei es das Abgeordneten im Abgeordnetenbüro oder eben in etwas entscheidenderen, entscheidungsmächtigeren Ministerbüros. Das macht im Grunde keinen Unterschied. Martin Dulig, Kretschmer, Michael Kretschmer, wen mag man mehr? Da mag es Präferenzen geben, die sich unterscheiden, aber wollte man wirklich wissen, was im Osten los ist und warum die Zufriedenheit der Ostdeutschen auch bleiben wird und in fünf Jahren bei den nächsten Ministerpräsidenten und Parlamentswahlen genau in der gleichen Art und Weise wieder thematisiert wird wie heute. Die politische Wahl sieht vor, dass Menschen gewählt werden und es ist trotzdem egal, welche. Ich will, wie gesagt, an der Stelle nur ein Angebot machen, darüber nachzudenken, für den Fall, dass man am Sonntag im Radio, im Fernsehen davon erfährt, wie die Wahlen ausgegangen sind. An den strukturellen Grundlagen wird sich die Neusortierung des Personals in den politischen Gremien nichts ändern. Und ich will auf zwei dieser strukturellen Grundlagen eingehen, nämlich zum einen, und alles läuft jetzt wieder unter dem Hashtag Rentnerrepublik und damit vor allem die Demografie als politischer Akteur. Nordrhein-Westfalen, ein sehr großes Flächenland, hat eine Bevölkerungsdichte von 525 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist einer der dichtesten Werte, nur noch getoppt von den Stadtstaaten, Bremen, Berlin und Hamburg. Das Saarland, ein etwas kleineres Land, 387 Einwohner pro Quadratkilometer. Baden-Württemberg, wiederum ein sehr großes Flächenland, 308 Menschen pro Quadratkilometer. Hier mein Bundesland Hessen 296, also knapp an dieser Grenze 300. Es wird im Buch ein ausführliches Kapitel geben, wie in der Menschheitgeschichte die Urbanisierung oder etwas vorausgegriffen die Verdichtung von Menschen zu unglaublichen Synergien führte und dadurch beispielsweise den Fortschritt voranbrachte, vor allem. Fortschritt wird vor allem dadurch ermöglicht, dass sich Menschen begegnen, die, wenn die Dichte unter den Menschen wächst, vor allem sich unter der Bedingung begegnen, dass sie sich nicht kennen. Also irgendwie einen Weg brauchen, trotzdem miteinander klar zu kommen. Dafür muss man Gesellschaft erfinden oder sie erfindet sich von ganz alleine und man muss dann mit ihr zurechtkommen, wie auch immer. Also das wird dann im Buch eine Rolle spielen. Ich will hier nur anmerken, dass die Dichte einer Bevölkerung maßgeblich ist für ihren naturwissenschaftlichen, technischen, sozialen Fortschritt nach den Skalen, die wir so haben, bereitgestellt von den Vereinten Nationen, von der OECD und so weiter und so fort. Oder reformulierend, anders ausgedrückt, umso geringer die Dichte, umso schwieriger ist es, umso komplizierter wird es, erfolgreich Politik zu betreiben. Erfolgreich oder Politik so zu betreiben, dass sie als erfolgreich beobachtet werden kann. Und jetzt vergleichen wir mal die ostdeutschen Länder mit den westdeutschen. Also wir haben bei Nordrhein-Westfalen mit dem Wert von 525 angefangen, Saarland 387, Baden-Württemberg 308. Als dichtestes ostdeutsches Bundesland gilt Sachsen mit 221, also weit unter 300 Einwohnern pro Quadratkilometer. Und wir wissen, wie dieser Wert zustande kommt. Es sind Metropolen. Weltstadt Leipzig, Dresden, die größten ostdeutschen Städte liegen in Sachsen. Das heißt, der Durchschnittswert liegt bei 221, in der Fläche ist trotzdem weniger los. Thüringen kommt allgemein insgesamt auf 133 Einwohner pro Quadratkilometer. Sachsen-Anhalt 109, Brandenburg 84, Mecklenburg-Vorpommern 69. Wir können uns das ganz einfach im Kopf visualisieren. Man braucht dafür gar keine Anschaulichkeit. Wenn man einen 5G-Netz-Ausbau plant und wir wissen, die 5G-Strahlen sind so ein bisschen kürzer und eine Funkzelle umfasst 1 Kilometer Kantenlänge, also ganz grob jetzt diese Zahl nicht betragen, dann erreicht man in Nordrhein-Westfalen mit einem Mast 525 Menschen. Die sind dann angebunden ans große Weltnetz. In Thüringen erreicht man 133, in Sachsen-Anhalt 109, in Mecklenburg-Vorpommern 69. Wollte man diese Menschen auf westdeutschem Niveau Infrastruktur zur Verfügung stellen, müsste man fünfmal so viele Funkmasten aufstellen. Man müsste fünfmal so lange Gleisbetten bauen. Man müsste fünfmal so viele Schulen haben, um die Schulwege kurz zu halten. Allerdings werden die Schulen dann viel kleiner. Man stolpert also gleich in das nächste Problem. Wir haben hier Niveauunterschiede in der Bevölkerungsdichte vom Faktor 3 bis 5. Und es macht wirklich keinen Unterschied, außer die AfD, wie gesagt, kommt in irgendwelche Amtswürden. Es macht wirklich keinen Unterschied, wer, welche Partei und welche Person ab Sonntag in den jeweiligen Bundesländern regieren darf. Es sind alles vernünftige Menschen, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Es gibt in Nuancen Unterschiede. Und in der Hinsicht ist es wirklich interessant zu sehen, wie die Sachsen, wenn sie nur das Personal bewerten sollen, auf ihre eigene Regierung derzeit schauen, im Speziellen auf ihren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Aktuell sind fast zwei Drittel der Sachsen zufrieden mit der Arbeit von Michael Kretschmer. 63 Prozent genau sagen sehr zufrieden oder zufrieden mit der Arbeit des Ministerpräsidenten der CDU. Nur eine Minderheit, 28 Prozent, ist weniger oder gar nicht zufrieden. Das ist auch im bundesweiten Vergleich ein anständiger, ordentlicher Wert. Mit der Arbeit der Landesregierung ist jeder zweite Sachse zufrieden. Auch das ist im bundesweiten Vergleich der Bundesländer ein ganz vernünftiger Wert. Es gibt aber ein Thema, da müsste Michael Kretschmer noch mal drauf gucken. Denn wir haben auch gefragt, wie kümmert sich denn die Politik um die Interessen der Menschen auf dem Land? Und 71 Prozent der Sachsen sagen, die Politik kümmert sich zu wenig um diese Menschen auf dem Land. Angemessen finden die politischen Aktionen 21 Prozent. Und nur ein Prozent der Bürger sagt, nein, es wird sich sogar zu viel um die Menschen auf dem Land gekümmert. Das ist also ein Thema, was die Sachsen noch eindeutig umtreibt. Ja, da hätte ich gerne mal Vergleichsgrößen aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Man kümmert sich zu viel um die Menschen auf dem Land, sagen 1 Prozent, immer noch 21 Prozent angemessen. Fast drei Viertel sagen, wir bräuchten mehr erfolgreiche Politik auf dem Land. Gleichzeitig sind alle mit Kretschmer irgendwie so zufrieden. Also da ist er auf westdeutschem Niveau. Und ein bisschen witzig ist, wie sie anmerkte, das ist vielleicht ein Thema, dieses Leben auf dem Land, wo Herr Kretschmer noch mal genauer hinschauen sollte. So als wäre so eine Art von struktureller Grundlage demografischer Natur tatsächlich nur ein Thema unter vielen und nicht beispielsweise neben Klimawandel eins der wirklich maßgeblichen Probleme, die man zumindest beobachten sollte, aber nicht gelöst bekommen. Denn der Ausblick, der demografische Ausblick ist natürlich entsprechend. Diese Bundesländer haben gerade aufgehört zu schrumpfen. Sie werden jetzt nicht anfangen zu wachsen. Und noch eine andere Zahl, wenn die Bundesländer, die neuen Bundesländer, in den Wende-, Nachwendejahren, in den letzten 30 Jahren sich so entwickelt haben, dass sie die heutige Bevölkerungsdichte aufweisen, dann geht mit dieser Art von Bevölkerungsrückgang immer auch ein Bevölkerungsalterungsprozess einher. Und auch der ist in diesen Bundesländern hochinteressant. Hamburg ist eins der jüngsten Bundesländer. Die Menschen sind dort die Wähler, sind dort 49,3 Jahre alt. Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, groß und dicht, 53 Jahre. Bayern 52,4 Jahre. Hessen 52,9 Jahre. Also alte Wähler, aber nicht übermäßig alt. Es gibt noch ein bisschen Luft nach oben, wenn man in manche Regionen Italiens schaut, sich ganz Japan anschaut und so weiter. Ostdeutschland, Sachsen-Anhalt 56,2 Jahre. Thüringen 55,8 Jahre. Sachsen 55,3 Jahre. Brandenburg 55,5 Jahre sind die Wähler dort alt, obwohl Brandenburg eins der wenigen Bundesländer ist, dass dort ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilgenommen wird. Nimmt man jetzt zwei Gewichtungskriterien rein, also nimmt man mal die 16- und 17-jährigen Wähler aus der Statistik raus in Brandenburg, überspringt man wie in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich die Grenze von 56 Jahren. Und wenn man das jetzt noch gewichtet mit der Wahlbeteiligung, kommt man auf die Werte, dass die ostdeutschen Länder, die neuen Bundesländer, im Durchschnitt politisch fünf bis zehn Jahre älter sind als die westdeutschen Länder. Was das bedeutet, haben wir hier schon häufig angesprochen. Ich belasse es jetzt bei sozusagen intuitiver Plausibilität. Man hört einfach, dass die Menschen zehn Jahre bis zu zehn Jahre älter sind, was konkret bedeutet, das Alter ist im Verhältnis ausgedrückt um 20 Prozent höher als in westdeutschen Bundesländern. Solche strukturellen Grundlagen haben Effekte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass am Sonntag in den ganzen Wahlberichterstattungen irgendwas davon, also auch nur irgendwas davon, andiskutiert wird, angesprochen wird, wie auch immer. Denn es werden Wähleraufträge verteilt, wie man sie aus den Wahlergebnissen herausliest. Und dann geht das Schicksal seinem Lauf. Und dieses Schicksal nennen wir Hamsterrad. Und da ist Ostdeutschland seit 20 Jahren drin. Und es wird auch die nächsten 20 Jahre so weitergehen. Es ist wahrscheinlicher, dass in Ostdeutschland demnächst so wenige, so alte Menschen leben, dass man sich gar nicht mehr dafür interessiert, als dass man auch nur eins der heute angesprochenen Probleme dort irgendwie lösen kann. Und während ich das so sage und mir selber zuhöre, weiß ich, das klingt irgendwie krass, aber wir können uns auch nicht vorstellen, dass der Meeresspiegel 2100 30 Meter höher liegt als heute, oder? Und trotzdem könnte man sich ja schon darüber Gedanken machen, da 10 Prozent der derzeit lebenden Menschheit nicht höher als 10 Meter über dem Wasserspiegel lebt. Dem derzeitigen Wasserspiegel. Also, soviel zur Klammer. Man kann sich jetzt fragen, bekommt ein politisches System solche strukturellen Grundlagen oder auch strukturelle Veränderungen überhaupt noch hin? Kriegt man es zumindest thematisiert? Kriegt man Probleme formuliert und die dann vielleicht auch tatsächlich noch parlamentarisch gelöst? Oder nicht? Und das ist ja diese Frage, die wir uns stellen, wenn wir die Rentenrepublik beobachten und thematisieren, da wir es mit einem Gegenstand zu tun haben, der sich in der Zukunft entfaltet. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir haben jedenfalls keine kollektiven Erfahrungswerte. Es gibt allerhöchstens akademische. Da müsste man dann mit heuristischen Mitteln sich die Geschichte Japans angucken und überlegen, was man daraus lernen kann. Das werden wir hier im Buch auch machen, aber das wird halt eine ziemlich artifizielle Veranstaltung, da Japan weit weg ist und wir damit wenig Erfahrung haben und jede kleine Nuance expliziert werden muss und sich nichts von selbst versteht. Und mit Yuval Harari haben wir eben jemanden, der uns, wie soll man sagen, sowohl handwerklich aushilft, was bedeutet es, historisch zu arbeiten? Wir werden Zitate hören. Nein, die Geschichtswissenschaft ist keine Wissenschaft der Vergangenheit, sondern der Veränderung und die kann genauso gut in der Zukunft liegen, auch wenn man da nichts Genaues sagen kann, aber so ungefähr. Genauso behandeln wir übrigens den Klimawandel. Da wird immer nur mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert, wenn das grönländische Eis schmilzt und so weiter. Und trotzdem versuchen wir daraus politische Programme zu entwickeln, die vielleicht sogar Mehrheiten überzeugen. Mal abwarten. Yuval Harari unterstützt uns also grundsätzlich mit dieser Art von Herangehensweise von Heuristik. Und da er das so macht, motiviert er auch dazu, vielleicht auf eigene Ideen zu kommen. Und auch wenn ich seine Bücher jetzt noch nicht gelesen habe, diese Gespräche, die er hier führt, wo er eben mit sprechendem Denken und sehr viel Spontanität auf Fragen antwortet, eigene Gedanken manchmal wiederholt und weiterentwickelt, manchmal überhaupt erstmal aufwirft. Das ist doch alles sehr fruchtbar. Deswegen lassen wir uns hier mal begrüßen von Wilson White, der Yuval Harari auf die Bühne holt. Good morning, everyone, especially for those of you who are here in California. My name is Wilson White, and I'm on the Public Policy and Government Relations team here in California. We have an exciting talk for you today as part of our Talks at Google series, as well as a series of conversations we're having around AI ethics and technology ethics more generally. So today I'm honored to have Professor Yuval Noah Harari with us. Yuval is an Israeli historian and a professor at the university, the Hebrew University of Jerusalem. Ja, es ist für das Gespräch, sage ich ganz ernsthaft, sehr fruchtbar, wenn der Gastgeber nicht so genau weiß, wer da jetzt kommt und auch nicht genau gut vorbereitet ist, um jetzt den Namen der Universität fehlerfrei vom Blatt abzulesen. Unter der Hinsicht also beste Voraussetzungen für Spontanität und sprechendes Denken. Und der erste Aufschlag gefällt mir schon besonders gut, denn naja, womit beginnt man so ein Gespräch? Man fragt natürlich nach der Zukunft und stellt sich die Frage, stellvertretend für seine Kollegen und vor allem seine Kinder und die Kinder der Kollegen, wenn die Zukunft so unklar ist, dass wir jetzt hier drüber reden müssen, was sollten wir dann eigentlich grundsätzlich unseren Kindern so beibringen? Welche Aufgabe hätte eigentlich die Schule? Und Yuval Harari nimmt das zum Anlass, um ein Argument gegen Google vorzubereiten, sein finales Schlusswort auch, dass er hier schon mal so brückenschlagsmäßig ansagt, was künftig für uns alle wichtig wird. Nobody knows how the world would look like in 2050, except that it will be very different from today. So the most important things to emphasize in education are things like emotional intelligence and mental stability, because the one thing that they will need for sure is the ability to reinvent themselves repeatedly throughout their lives. It's really the first time in history that we don't really know what particular skills to teach young people, because we just don't know in what kind of world they will be living. Ja, wir werden gar nicht wissen, in welcher Welt wir leben. Es ist wie bei der Klimaforschung. Es gibt so ein paar Annahmen. Ja, das Wasser wird steigen, aber was wird es bedeuten? Wasser wird seine Temperatur verändern? Zu welchen Sachen führt das denn eigentlich? Jetzt haben wir gerade Algenplagen und sowas. Es gibt natürlich für mentale Stabilität und emotionale Intelligenz einen ganz alltagstauglichen Allerweltsbegriff, nämlich Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, ist doch vielleicht das größte Desiderat, das wir heute haben, oder? Ein Anliegen oder ein Antrieb, die Rentenrepublik mal als solche zu thematisieren, ist ja für mich auch, dass die strukturellen Grundlagen, die Rentenrepublik bedeutet, zu sehr viel Unsicherheit führt. Menschen fühlen sich nicht mehr wohl. Sie sind nicht mehr in der Lage, Privatbeziehungen einzugehen. Auf der Arbeit fühlt man sich als Imposter. Man hat die ganze Zeit Angst, enttarnt zu werden als jemand, der gar nicht in der Lage ist, zu leisten, was von ihm erbeten wird und wofür er bezahlt wird. Gestern habe ich beim Füllen von Citavi erst eine Studie wieder in der Hand gehabt, die nochmal aufzeigt, ein Prozent, nur ein Prozent der Deutschen können sich überhaupt entspannen, ohne dass sie vorher das Gefühl haben mussten, sie müssen auch was leisten. Also für 99 Prozent hier in Deutschland ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen, zentrales Mantra. Und jetzt kommt Harari und sagt, das Wichtigste in der Zukunft ist, dass wir emotional intelligent und mental stabil sind. Und man fragt sich so ein bisschen, wer arbeitet eigentlich gerade dagegen? Wer versetzt unser Leben in Hektik? Wer bringt unseren Alltag durcheinander? Wer zwingt uns die ganze Zeit Multitasking auf? Und wir sehen ihn hier bei Google auf der Bühne sitzen. Also es hat so einen gewissen Humor, ich finde das gar nicht schlecht. Er geht diesen Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, radikal weiter und spricht mal über die neue Flexibilität der eigenen Identität. At least beyond a certain age, es ist sehr, sehr schwierig für die Menschen zu reinventen sich. So wir kind of müssen uns zu bilden Identitäten. Ich meine, wenn früher, Traditionally, Menschen bilde Identitäten wie stone Houses mit sehr tiefen Fondations, jetzt macht es mehr Sinn zu bilden Identitäten wie Tenten, die man kann und verändern. Weil wir nicht wissen, wo man muss, zu移ern, aber man muss zu移ern. Es ist auch hilfreich, noch einen Weg dazwischen zu haben, einen Arbeitsweg oder einen Weg zum Sport oder wie auch immer, so dass man geistig schon mal umschalten kann. Trotzdem kennt jeder die Situation und kann sie auch meistern. Man sitzt abends bei der Familie und dann kommt aber noch ein beruflicher Anruf und das Telefon klingelt und innerhalb von einer Sekunde switcht man von der einen Identität in die nächste. Man weiß dann wahrscheinlich auch, dass die Kinder so ein bisschen komisch gucken, während sie einem zuhören, wie man mit dem Chef oder so telefoniert. Aber es ist keine unleistbare Übung. Also da sind wir alle geübt. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, kann man den Anruf ablehnen? Kann man den Arbeitsweg selbst gestalten? Hat man die Kontrolle darüber, wann man in welche Identität schlüpft? Oder wer bestimmt künftig unser Schicksal? Anders ausgedrückt, lässt sich die moderne Erfahrung, dass wir mehrere Rollen in einer Person vereinigen, die wir sequenziell abarbeiten, wie eine To-Do-Liste, wie ein Tagesablaufsplan. Also bis 9 Uhr morgens sind wir Väter und Mütter und dann sind wir bis 17 Uhr Arbeitskollegen und dann sind wir für den Rest des Tages wieder Väter oder Freunde oder wie auch immer. Die Moderne hat uns da rückblickend recht viel Freiheit gegeben. Wie ist das eigentlich künftig? Up till now in history, the humans were so complicated that from a practical perspective, it still made sense to believe in free will. Because nobody could understand you better than you understand yourself. You had this inner realm of desires and thoughts and feelings which you had privileged access to this inner realm? Yeah, but that hasn't changed today, right? Like that access is still There is no longer the privileged access now belongs to corporations like Google. They can have access to things happening ultimately inside my body and brain which I don't know about. Also bisher waren wir geübterin, unsere Rollen auszutauschen, abzuarbeiten, was von uns verlangt wird, sei es von den Kindern, sei es vom Ehepartner, sei es vom Chef, sei es vom Spielkameraden, wie auch immer. Künftig wird es jemand anderen geben, der für uns darüber bestimmt oder uns nur Empfehlungen gibt, denen wir dann aber nicht mehr, nicht folgen können, wie wir unsere Rollen ausfüllen, wann, in welcher Intensität und so weiter und so fort. Es ist für uns völlig normal, dass wir für uns das Bild entwickeln, wir gehen freiwillig zur Arbeit und wenn wir dann angekommen sind auf der Arbeitsstelle, arbeiten wir ab, einen Tagesablauf, den vielleicht andere für uns schreiben, wir akzeptieren das aber mit einer gewissen Rollendistanz, weil wir ja dafür bezahlt werden, wir werden dafür entlohnt. Das ist das moderne Geben und Nehmen, das Menschen dazu befähigt hat, Sachen zu machen, die sie eigentlich nicht wollen, nicht mögen und so weiter. Die Frage, die er dann auch immer aufwirft, zum freien Willen, na ja klar, wir haben einen freien Willen und entscheiden uns trotzdem dazu, das zu machen, was wir nicht mögen, nicht wollen und so weiter und so fort, wie eben schon gesagt, weil wir kompensiert werden, wir kriegen Geld und dieses Geld ermöglicht uns dann, wieder das zu tun, was wir mögen, was wir wollen und so weiter. Also es ist eine wunderbare, moderne Schleife, in der wir uns da verfangen haben, manche sagen Hamsterrad, aber so ist es halt. Am Wochenende haben wir frei und können das Geld ausgeben, das wir eine Woche verdient haben mit Arbeit, die wir nicht mögen. Dafür gibt es ja das Vergnügen am Wochenende. Und er sagt nun, ja, also wir hatten einen freien Willen, aber es macht eh keinen Unterschied, denn wir müssen nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Freier Wille kann jedenfalls nicht einfach darauf reduziert werden, zu sagen, du hattest ja die Wahl, also hast du dich entschieden. Und da wir nie genau sagen konnten, ob wir dir genug bezahlen, damit du morgen zur Arbeit kommst, war es letzten Endes dann doch immer deine freie Entscheidung. Er hat das gerade glasklar runtergebrochen auf den Umstand. Durch Beobachtung von außen ließ sich nicht voraussehen, wie sich jemand verhält, also muss der Ursprung des Verhaltens irgendwo im Inneren der Person zu finden sein, nämlich im freien Willen einer Blackbox. Soweit, so gut. Dann ist er den nächsten Schritt gegangen und führt an, dass diese Blackbox jetzt gar nicht mehr so schwarz ist, wie sie immer schien, da man in uns sehr gut hineinsehen kann, hineinfühlen kann, mit sehr zielgenauen Beobachtungen, die sehr expliziten, engen Fragestellungen folgen, kann man doch ziemlich genau voraussagen, wie sich Menschen verhalten. Und der neue Akteur, den man hier beobachten muss, ist, und es ist so lustig, dass es auf der Google-Bühne sagt, die umgebende Maschine, die Technologie um uns, die uns beobachtet, und damit ist natürlich vor allem das Smartphone gemeint. Dieses Smartphone beobachtet uns tiefer gehend, als wir uns selbst beobachten. Unser sensorisches Register blockt schon mal viele Eindrücke ab. Unser Arbeitsgedächtnis wird auch nach sieben Minuten wieder gelöscht. Im Langzeitgedächtnis bleibt wenig. Diese Unterscheidung kennt das Smartphone nicht. Da wird einfach alles weggespeichert. Mittlerweile gestehen uns ja die Silicon Valley Unternehmen zu, auf diese Information auch selbst zuzugreifen. Wir kriegen also einen Wochenbericht von Apple beispielsweise, wo am Ende nochmal uns aufgeschlüsselt wird, welche Art von Apps wir wie lange die Woche über benutzt haben. Google zeigt uns unser Bewegungsprofil, statt es nur auf den eigenen Server zu speichern. Bei Amazon kann man sich seinen Clickstream bestellen. Also man kriegt dann eine lange Auswertung. Katharina Nockun hat das ja gemacht und dann darüber geschrieben. Man sagt einfach, man will seinen Clickstream haben und dann bekommt man von den letzten, es können 20 Jahre sein, Amazon ist schon alt. Jede einzelne Mausbewegung, jedes einzelne Produkt, das wir uns angeguckt haben, wie lange es wir uns angeguckt haben und so weiter. Es ist alles detailliert festgehalten. Wenn sich jemand diese Protokolle von uns anschaut, lernt er uns besser kennen, als wenn er einen Tag mit uns als Person verbringt. Wenn also wir uns bislang mit den Wortschöpfungen Blackbox und freier Wille irgendwie rausgeredet haben, müssen wir jetzt sagen, es gibt jetzt einen Akteur und der hat Antworten auf die Frage, was passiert in der Blackbox. Und er braucht auch kein fantastisches Bild eines freien Willen, weil er uns vorausberechnen kann. Vielleicht macht der ein oder andere von euch diese Erfahrung, ich mache sie gerade, ich trage seit ungefähr einem Jahr verschiedene Sportuhren und wohl wissend aus meiner eigenen Jugend, dass es wenig Sinn hat, an eine sportliche Herausforderung mit Intuition heranzugehen. Also zu sagen, ich will die in dieses Ziel erreichen, also mache ich mal irgendwas, was so ähnlich ist wie dieses Ziel, beispielsweise schnell laufen, lang laufen, schwimmen, wie auch immer. Es hat sehr viel Sinn, sich einen Trainer zu holen. Der schreibt einem einen Plan, der kennt sich aus, der kennt allgemeine Prinzipien und so weiter und so fort und der lernt vielleicht auch den Athleten kennen und dann baut er so ein Programm zusammen, das sehr viel klüger ist und sehr viel zielführender als die Intuition der Person, die das Ziel erreichen möchte. Und die Erfahrung, die man heute machen kann, ist, man braucht diesen Trainer nicht mehr als Menschen, sondern es reicht die Uhr. In der Uhr steckt genug drinne, um einen Trainer zu ersetzen und auch die eigene Intuition zu überlisten. Würde man dagegen im modernen Bild bleiben und sagen, ich bin eine Blackbox, also mich versteht eh keiner und ich habe einen freien Willen und es ist das mächtigste Instrument der Welt, wird man sein sportliches Ziel nicht erreichen. So einfach ist es. Darin, in dieser Erkenntnis, steckt nun eine Schicksalshaftigkeit für uns Einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Denn diese Erfahrung, die Einzelne heute schon mit ihrem was auch immer Sporttraining machen, dass sie komplett an eine Maschine, was die Programmplanung angeht, ausgesourst haben, so wird doch die eine oder andere gesellschaftliche Sache, die wir bisher der Politik übergeben haben, wir können es nicht alleine entscheiden, also sollen mal andere für uns entscheiden, Hauptsache es sind auch Menschen im Falle der Landtagswahlen, also Spitzenkandidaten einer Landtagswahl und dann vielleicht auch Ministerpräsident und so weiter und so fort. Was ist denn, wenn man den Ministerpräsidenten genauso durch Technologie ersetzt wie den Sporttrainer? Dieses Szenario steht im Raum. Es fehlt nur noch so ein kleiner zivilisatorischer Schritt, den wir gehen werden, wie Yuval Harari hier sagt. Die wirklich große Revolution, die sehr schnell kommt, wird, wenn die AI-Revolution und das Maschine-Learning und all das, die Infotech-Revolution mit und merges mit der Biotech-Revolution und geht unter den Skin. Wenn Biometric Sensors oder sogar External Devices now we are developing the ability for example to know the blood pressure of individuals just by looking at them. You don't need to put a sensor on a person. Just by looking at the face you can tell what is the blood pressure of that individual. And by analyzing tiny movements in the eyes, in the You can tell all kinds of things from the current mood of the person. Are you angry? Are you bored? To things like sexual orientation. So we are talking about a world in which humans are no longer a black box. Nobody really understands what happens inside. So we say okay free will. No the box is open. And it's open to others certain others more than it is open to you don't understand what's happening in your brain but some corporation or government or organization could understand Yeah die Verschmelzung von Biotechnologie und Künstliche Intelligenz das ist ein großes Thema dass er das hier anspricht war vorauszusehen da ist keine black box und dass Google gegenüber sagt ist natürlich umso interessanter denn wir kennen alle diese inzwischen ich glaube zehn Jahre alten Spruch von Eric Schmidt damals noch Google Chef wie er sagte wir wollen im Grunde den Suchbegriff abschaffen wir wollen nur noch Suchergebnisse das Szenario wäre man steigt an einer Stelle aus dem Auto aus der man noch nie aus dem Auto gestiegen ist und greift zu seinem Handy die Ortsdaten alleine reichen um vor einem Kino das Kinoprogramm aufzurufen bevor man überhaupt in die Google Zeile oben schreibt Kinoprogramm im Supermarkt den Einkaufszettel den vielleicht sogar Google selbst geschrieben hat Google Amazon und so weiter werten pro Suche die man macht 500 Signale aus ein Signal davon ist der Suchbegriff den man als Wort reinschreibt alles andere ist Kontext den Google schon hat den man also in diesem Moment nicht explizit mit liefern muss sondern den Google einfach so abgreift der eigene Standort die eigene Historie der alten Suchbegriffe und so weiter und so fort wir kennen das wenn die Sätze selbst vervollständigt werden von Google während man eine Google Suche macht es wird für jeden ein anderer Satz vervollständigt also die Bevölkerungsmasse die Google nutzt spielt natürlich eine Rolle die private Suchhistorie allerdings auch und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht meine Uhr hat ein Feature das heißt Body Battery Body Battery wie auch immer das ist sozusagen ein Datenfusionsreaktor der alle verfügbaren Informationen zusammenzieht also Bewegungssensoren Herzrhythmus der den ganzen Tag über gemessen wird Sauerstoffgehalt im Blut der nachts wenn der Arm ruhig liegt nochmal besonders intensiv gemessen wird mit eigenem Sensor Daten aus der Bevölkerung werden mit reingemischt und so weiter Schlaflänge alles mögliche und daraus wird ein Wert zwischen 0 und 100 ermittelt der mir sagt wie viel Power mein Körper gerade hat und daraus abgeleitet zeigt mir meine Uhr an wie die prognostizierte 5 Kilometer Laufzeit ist und ehrlich gesagt die ist erschreckend akkurat also die Uhr kennt nicht nur meinen allgemeinen Trainingszustand da ich jedes Training in diese Uhr rein pfeffere mit allen verfügbaren Daten inklusive wie viele Millimeter bewege ich mich auf jedem Schritt hoch und runter während ich renne die kennt also nicht nur diese allgemeinen Werte und die sozusagen explizit gemessenen Werte sondern sie errechnet daraus auch noch eine Tagesform und na klar sie stellt mir auch noch ein Trainingsprogramm zurecht ich gebe so ein paar Eckdaten wie viel Zeit in der Woche habe ich und in welcher Frequenz und im Vergleich zu meinen vorigen versuchen mal ein bisschen länger laufen zu können habe ich festgestellt ich laufe jetzt sehr viel weniger aber sehr viel effizienter also sehr viel schneller vor allem freier Wille und Intuition hilft mir da überhaupt nicht weiter diese Uhr kennt mich besser als ich mich selbst zumindest was diesen Aspekt angeht und umso mehr ich ihr vertraue umso größer ist der Trainingserfolg und und die Frage und die Frage die man sich stellen kann ist okay körperliches Training da gibt es klare Messdaten und klare Zielsetzungen und da kann man dann algorithmisch sehr viel machen was passiert wenn wie schon die körperliche Arbeit erlöst wurde vom Roboter dann demnächst auch die geistige Arbeit also wenn neben dem Körper als Zugriffspunkt für die Uhr dann demnächst auch noch mein Geist man kann es gar nicht richtig formulieren welches Problem ich eigentlich habe oder jetzt hier formulieren möchte aber da liegt doch was in der Luft und Yuval Harari macht hier nun einen Punkt der wirklich hochinteressant ist denn vielleicht geht es gar nicht nur um den Einzelnen vielleicht ist das alles bisher bis hierhin beschriebene von mir und von ihm gar nicht nur ein Phänomen dass den Einzelnen in seiner Schicksalshaftigkeit aus dem Spiel nimmt also bei der Frage wer bestimmt über mein Schicksal wer hat Macht über mich diese Frage die Schirrmacher Frank Schirrmacher in so viele Bücher und so viele Texten durchgeparkt hat sondern es stellt sich auch die Frage wer hat Macht über diese Gesellschaft wer bestimmt den Fortgang dieser Gesellschaft brauchen wir dafür noch Menschen als Eliten beispielsweise als Politiker die wir alle 5 Jahre in irgendwelche Ämter wählen oder können die nicht einfach ersetzt werden spezifisch gefragt auf Harari bezogen wenn die Technologie sogar als neuer Gott Einzug erhält in die Gesellschaft wer wird dann eigentlich verdrängt Harari beantwortet hier mal diese Frage und er beginnt mit dem Running Gag den er in fast jedem Gespräch macht nämlich früher hat ja Gott Wahrheit gesprochen hat über das Schicksal bestimmt und hat über die Androhung ein strafender Gott zu sein noch das ein oder andere Verhalten mit gesteuert das ist alles schön und gut aber wir können uns heute rückblickend darüber lustig machen weil es gab ja nicht nur eine Religion wenn aber so ein Allgemeinheits Anspruch da ist bedeutet das ja und das ist der Running Gag dass eine Religion der anderen Religion immer Fake News in ihrer Erzählung unterstellen muss weil nur die eigene Religion ist natürlich die wahre Religion sonst macht ja das ganze Prinzip von Religion gar keinen Sinn wenn es noch andere Erklärungen daneben gäbe dann sprang die Gesellschaft ein zwei dreihundert Jahre Aufklärung und so weiter nach vorn und ersetzt jetzt den Gott mit der Technologie weist ihm die gleiche Aufgabe zu aber es ist eben der religiöse Führer der aus der Gesellschaft verdrängt wird sondern eben auch und da hören wir uns mal die Antwort an beginnend wir springen einfach mitten in seinen Running Gag rein Aber dann gehen die christians sagen nein das ist wahr aber die muslimische glauben Fake News all diese Geschichte über Muhammad die Archangel Gabriel und das Koran von Heaven das ist Fake News und die muslimische sagen das Hinduism so even in religion it's very clear the more interesting thing is that the same is true in something like in the economy corporation you can't have a modern economy without corporations like Google and without money like dollars but corporations and currencies they are also just stories we invented Google has no physical or biological reality it is a story created by the powerful shamans we call lawyers even if you ask what is Google like you push them to the what is it they will tell you it's illegal fiction it's not this chair it belongs to Google I think but it's not it it's not the money it's not the managers it's not the workers it's a story created by lawyers ja jetzt hat er schon die Anwälte ins Spiel gebracht und sie als Schamanin dargestellt was wäre denn wenn die moderne Erfahrung ist man drängt die Religion als Institution aus der Gesellschaft raus und die postmoderne Erfahrung mit dem Einzug der Technologie ist wir drängen einfach alle Institutionen raus wir brauchen keine Religion aber brauchen wir die Erzählung der Ökonomen brauchen wir die Erzählung der Juristen der eigenen Chefs das sind doch alles nur ausgedachte Sachen auf die man sich halt so einigt wie Niklas Luhmann sagt da werden Erwartungen aneinander ausgerichtet aber was ist wenn jemand bessere Erwartungssicherheit bietet was ist wenn ich den Lauftrainer als Person nicht brauche weil ich Technologie habe und wie gesagt was ist wenn das nicht nur mein Lauftraining betrifft sondern grundsätzlich meine ganze Tagesgestaltung vielleicht überinterpretiert aber wie ich sagen würde interpretiert wie ich gehört habe wie er es meint könnte man formulieren dass die Welt vor einem großen Wandel steht sie schiebt das Normative aus der Sozialität raus aus den Gesellschaften aus unserer Sozialität und holt das Kognitive rein also man verhält sich nicht mehr weil irgendwo steht dass man sich so verhalten soll normative Kategorie sondern man verhält sich auf eine Art und Weise weil man selbst erfahren hat dass es etwas bringt dass es Mehrwert bietet wie auch immer kognitive Kategorie auch diese Erfahrung ist nicht neu die Frage ist allerdings wie weit man sie noch treiben kann also wo die Spitze des Berges ist über den man da wandeln muss denn es heißt ganz konkret die ökonomischen Erfolge und die akademischen Erkenntnisse also Profit und Wahrheit werden Politik und Recht immer weiter zurückdrängen und genau das beobachten wir jetzt schon die letzten 50 Jahre hat sich die Wirtschaft und die Wissenschaft globalisiert Geld ist überall was wert der amerikanische Dollar ist überall was wert man kann überall damit einkaufen mit dem Euro auch wissenschaftliche Wahrheit ist grundsätzlich einmal als wissenschaftlich wahr bestätigt wahr egal in welchem Kontext egal wo egal mit wem man über was spricht Wahrheit bleibt Wahrheit auch wenn vielleicht der Einzelne noch nicht überzeugt ist aber die Wahrheit bleibt trotzdem die Wahrheit das ist bei den normativen Kategorien die dem gegenüber stehen ganz anders was in Deutschland richtiges Verhalten ist weil es im Gesetzbuch steht gilt nur für Deutschland da muss man nur in den Urlaub fahren und da gilt plötzlich was ganz anderes das Recht und das Politik System in dem wir über das Recht so ein bisschen befinden also wir wählen Menschen die dann Gesetze schreiben ließ sich bis heute nicht globalisieren es hängt der Wirtschaft und der Wissenschaft nach die Wirtschaft und die Wissenschaft haben kein Problem mit der Globalisierung die Politik und das Recht schon Niklas Luhmann schrieb damals von einer historischen Fehlspezifikation der Kopplung von Politik und Recht und heute 30 Jahre später nach der Gesellschaft der Gesellschaft seinem großen Buch wird einem plötzlich so deutlich was es bedeutet in so Gespräche zwischen Harari und Google die Politik wird langsam aussortiert die Kapazität kollektiv bindend zu entscheiden kann genauso gut technologisch bereitgestellt werden wir brauchen dafür kein Parlament und so krass wie dieses Argument klingt kommt man jetzt auch in schwieriges Fahrwasser denn Harari macht jetzt hier mal einen Punkt in dem er das Recht wieder zurück holt die Politik allerdings nicht nur das Recht er sitzt hier vor lauter Google Leuten das Argument finde ich super witzig und wir versuchen es dann mal einzuhegen in die bisherige Entwicklung der Argument kommen und sagen ich nicht deine Silicon Valley irgendwie ein bisschen zähmen und sei es durch die Zerschlagung der Unternehmen da fügt er nochmal an es gibt echte Realität das Wetter der Boden auf dem man Gebäude baut und so weiter man kann Google in die Natur bauen als Gebäude als soziales Kollektiv von Menschen und so weiter und so fort man kann dann mit Unwetter kommen und mit biologischen Pandemien die die Mitarbeiter alle in den Tod reißen Google würde bleiben als Institution Google als Unternehmen stünde weiter in den Büchern man könnte weiter damit hantieren bis der Schamane vom obersten Gerichtshof kommt und sagt ich entziehe euch den Status als Organisation ihr dürft nicht weitermachen dann ist das das Ende dieses Unternehmens ich finde darin steckt so ein heimlicher Humor denn wenn es so ist dass die Juristen eine Institution sind die vor allem normative Handlungsanweisungen geben egal was du glaubst egal wie viel Geld du hast egal wie dein Gesundheitszustand ist egal wie groß deine Familie ist der Richterspruch gilt für dich unabhängig deiner kognitiven Konstitution gilt er für dich normativ du musst machen was der Richter sagt dass genau diese Juristerei natürlich am meisten durch neue Technologien zumindest durchsetzt ist noch nicht hinweggefegt aber doch durchsetzt ich habe beispielsweise damals bei der FAZ so 2013 14 rum mehrere Texte über das Unternehmen Katafora geschrieben das Big Data Analysen aus Amerika nach Europa mitbrachte und die hatten einen Markt Anwaltskanzleien wenn also das juristische Problem bestand jemanden verteidigen zu müssen oder einen Kündigungsspruch juristisch wasserfest machen zu müssen dann dann hat dann hat die E-Mails eines Arbeitskollegen an Katafora gegeben das können Millionen gewesen sein und dann hat man aus den E-Mails Verhaltensmuster heraus extrahiert die dann juristisch handhabbar waren um alles mögliche zu begründen wenn man jetzt jemanden überführen wollte beispielsweise weil er so ein Side-Business auf hat also er hat immer aus der Werkstatt irgendwelches Werkzeug mitgenommen und das so verhökert oder keine Ahnung alles alles mögliche der Diebstahl von kognitiven Eigentum geistigem Eigentum und so weiter das war ist immer großes Problem in großen Unternehmen dann hat man sich die E-Mails angeschaut und hat da so Verhaltensmuster herausgelesen und dann hat man die Leute zur Rede gestellt also man hat dann den Mitarbeiter zu sich gerufen dann saß der Chef und jemand von Katafora und noch so jemand aus der Personalabteilung alles juristisch wasserfest und dann hat man den Mitarbeiter Fragen gestellt zum Beispiel sie haben vor drei Monaten aufgehört immer freitags mit so und so zum Mittagessen zu gehen warum zwischen März und April kommen sie mit siebenprozentiger höher Wahrscheinlichkeit morgens acht Minuten zu spät zur Arbeit warum die Strategie die Fragen zu stellen waren immer dieselbe man hat dem Mitarbeiter eine Frage gestellt die er sich selbst nicht erklären konnte er wusste nicht welchen Unterschied macht es denn da und da zu spät zu kommen er wusste selber nicht dass er immer sieben Minuten zu spät kam wer weiß vielleicht war irgendeine Baustelle auf dem Hinweg zur Arbeit oder was auch immer es kann alles mögliche gewesen sein wichtig war immer die Botschaft wir wissen etwas über dich was du selbst nicht weißt und jetzt wollen wir das mal ergründen und dann war es nur noch eine Frage der Zeit bis man aufgrund der Antworten erhoben wurde statistisch dass man dann an einen Punkt kam an dem man juristisch begründen konnte jemanden zu kündigen oder jemand tatsächlich kalt gestellt hat einfach mit Dirk Becker habe ich damals ein Gespräch für die Zeitung geführt nachdem die NSA Skandale rund um Snowden und so weiter aufkam wo er mir von Projekt CyberSyn aus Chile erzählt hat da hat sich die Regierung eine Kommandozentrale gebaut die tatsächlich genauso aussieht wie die Brücke von Raumschiff Enterprise damals Kirk und dann hat man in so einer sozialistischen planwirtschaftlichen Art und Weise Daten aus ganz Chile zusammengezogen hat den Computer irgendwas berechnen lassen der hat dann irgendwelche Zahlen ausgespuckt und dann wurde wie ein Befehl jetzt auf Warp 7 zu gehen die Gesellschaft gesteuert das hat man genau drei Jahre gemacht dann hat man es für gescheitert erklärt also was im kleinen Rahmen mit Bezug auf Personen als wir brechen jetzt mal die Blackbox auf sehr gut geklappt hat hat bis heute damals angefangen mit Cybersyn in Chile aber hat bis heute noch nicht so funktioniert auch die Bundesregierung versucht es ja immer so mit Nudging und so dass man den Leuten gar nicht mehr erklärt was man für ein politisches Ziel hat sondern man versucht einfach durch Annehmlichkeiten zu steuern die Erfolgsgeschichten gibt es soweit ich darüber lese jetzt noch nicht in dem Maße aber vielleicht wird sich das ja künftig ändern wenn man diese Richtung hier eben weitergeht also das Recht als Institution behält aber die Menschen da ein bisschen aus dem Spiel nimmt und die Technologie reinschiebt es ist ja eine ganz simple Annahme die da bei Harari und bei Google vorherrschen nämlich dass die Systeme schon ganz gut funktionieren man braucht nur mehr Daten also man braucht nur mehr Input und dann hat man auch einen entsprechenden Outcome bis hin zur politischen Entscheidungsfindung und eben auch kollektiven Bindungen von Entscheidungen wenn es nun nur noch auf Erzählung ankommt früher hat Gott erzählt beziehungsweise stellvertretend für ihn seine Stellvertretende auf Erden in Buchform wie auch immer und dann erzählt uns künftig die Technologie wie es weitergeht und die Institutionen bleiben erhalten auch wenn man sagt Juristen sind Schamanen wie das Harari hier macht gibt es dann eigentlich überhaupt noch Wahrheit das ist so ich glaube die Frage lag irgendwie auf der Hand keine Ahnung Wilson White stellt sie halt einfach und Harari gibt nochmal die sehr interessante Antworten rum gibt es noch andere Natur allerdings nicht leidensfähig Pflanzen und so weiter und dann gibt es halt die Kultur also all die Institutionen denen er hier schon Schamanentum unterstellen weil sie im Grunde die gleiche Funktion haben wie die Religion man könnte sie auch einfach rausschieben aber man braucht sie eben noch um sein Leben zu gestalten und da ist es ja hochinteressant sich zu fragen wozu haben wir eigentlich noch Politik wenn wir genauso gut Maschinen entscheiden lassen können die uns viel besser kennen als wir selbst was gut für uns ist wozu eigentlich noch Politik von Menschen und da könnte man ja sagen die Testfrage ist schafft es Politik Leiden zu vermindern wirklich ist was leiden kann und wir brauchen Politik als Fake als Story als Institution als ausgedachtes Gebilde um Leiden zu vermindern wenn man also sagt Politik ist für die Menschen da dann stellen wir ja fest sie muss aber trotzdem noch an den Nationalstaat gebunden sein die Politik erreicht die Menschen nicht direkt sondern sie kann auf Organisationen zugreifen sie kann auf den Nationalstaat zugreifen sie kann auf was weiß ich politische Gliederung Bundesländer Städte und so weiter zugreifen um Rahmenbedingungen institutioneller Art zu treffen die dann ein angenehmeres Menschen Leben für Menschen ermöglichen wir binden wir binden also politische Entscheidungen nicht an Realität sondern an Stories in der Hoffnung dass die Organisationen die Bundesstaaten die Städte wie auch immer Familien es weitergeben an die Menschen wir geben Organisationen Vorgaben zum Thema Arbeitszeit damit die Menschen dann weniger leiden das klingt jetzt sehr kompliziert wahrscheinlich ist auch ein bisschen verwirrend aber trägt halt dem Punkt Rechnung dass wir wie gesagt die Wissenschaft und die Wirtschaft globalisiert haben den Nationalstaat aber nicht die Politik aber nicht sozialpolitische Maßnahmen Politik für die Menschen muss an einen Nationalstaat gebunden werden und da ist es überraschend dass nun Harari ein richtiger Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens ist weil nämlich hier eine Sache nicht beachtet wird mit Bezug auf wenn Politik dann bitte gute Politik und gute Politik sollte für den Menschen da sein dann sollte man Menschen und Menschheit irgendwie synonym verwenden können und genau das gelingt nicht heute Anybody who thinks in terms like universal basic income should take the word universal very very seriously and not settle for national basic income because the greatest inequality we are facing will probably be inequality between countries and not within countries Some countries are likely to become extremely wealthy due to the automation revolution and California is certainly one of these places other countries might lose everything because their entire economy depends on things like money or labor which will lose its importance and they just don't have the resources and the educational system to turn themselves into high tech hubs so the really crucial question is not how do we what do we do about americans in indiana who lose their jobs the really important questions is what do we do about people in guatemala or bangladesh who lose their jobs yeah and here are we now in the rent rep because that is the question the next 50 years 100 years will to the me spiegel so weit steigen that it is we can so so ist eine lösung die liegt an amerika auch auf dem tisch and young zum beispiel 1000 dollar für jeden pro monat das ist aber kein universal basic income sondern es ist ein national basic income es gibt es nur für amerikaner genauso gut wäre das argument für deutschland und die frage die Yuval Harari jetzt hier stellt ist kann man das Verhältnis von Politik die über solche Sachen wie Grundeinkommen entscheidet und zum Verhältnis des Bürgers neu ordnen kann man das Verhältnis von Politik und Bürger neu ordnen und zwar so dass alle Menschen universal in dieser Verhältnismäßigkeit Platz finden in dieser neuen Kalkulation von Geldverteilung wie auch immer zustehen von Privilegien oder anders ausgedrückt kann man die Politik globalisieren wie die Wirtschaft und die Wissenschaft schon globalisiert ist um tatsächlich alle Menschen in eine politische Entscheidung einzubeziehen oder bleibt man weiter am Nationalstaat verhaftet wenn das nämlich so ist dann wird die Rentnerrepublik Europa die laut UN wenn man die Kalkulation nimmt man will das Arbeitnehmerpotenzial beibehalten bis 2050 dann bräuchte Europa hat 43 Millionen Einwanderer egal woher es könnten Geburten sein die wird es in der Form nicht geben also es zieht sich ja schon aufs Geburten Defizit entweder 43 Millionen mehr Geburten oder 43 Millionen Einwanderer aus anderen Regionen auf der Welt wenn die Rentnerrepublik Europa aber dabei bleibt den Pfad zu gehen den man jetzt schon eingeschlagen ist seit 2015 wird man sich notgedrungen für ein Basic Income für ein Grundeinkommen entscheiden müssen allerdings nur für Europäer das bedeutet der Zaun um Europa muss 10 Meter hoch sein und darf nicht überwunden werden können von beispielsweise Afrikanern oder Asiaten nur dann würde es funktionieren oder alternativ man macht irgendwas mit dem Nationalstaat man ersetzt ihn irgendwie keine Ahnung so dass das Verhältnis zwischen Politik und Mensch neu geordnet wird und nicht mehr durch den Nationalstaat strukturiert ist und ja der Nationalstaat hat tatsächlich Alternativen sie kommen hier auf in diesem Gespräch drauf zu sprechen der Nationalstaat ist ja auch nur eine Story die man sich halt erzählt die mit großem Erfolg Bestand hat aber die eben nicht alternativlos ist sondern nur ein Experiment Aber if das Experiment ist das 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 Funktionieren das Institutieren und die Dinge die unterstützen das We know das Funktion properly weil es alleviates suffering es provides healthcare es provides safety und wenn es nicht dann wir sagen das Experiment funktioniert work So would you say that Experiment ist a Fiction or is that Experiment Reality is it a thing The Experiment is a story that we share it's things that we humans have invented and created in order to serve certain needs and desires that we have it is a created story and not an objective reality but it is nevertheless one of the most powerful forces in the world when I say that something is a fiction or a story I don't mean to imply it's bad or that it's not important no some of the best things in the world and the most powerful forces in the world are these shared fiction nations and corporations and banks and so forth they are all stories we created wie nah er plötzlich an dieser Luhmannschen Systemtheorie ist, denn da stellt man sich doch genau die gleichen Fragen. Luhmann hat damals aus Jux und Tollerei geschrieben, Systeme gibt es wirklich. Ich dachte mir, das wäre so ein Scherz, um irgendwie so eine Diskussion zwischen theoretischer und praktischer oder qualitativer Theoriearbeit und quantitativer Auszählung und so weiter, um irgendwie so einen Streit unter Akademikern zumindest mal auf die leichte Schulter zu nehmen, also anzuerkennen, dass es da gewisse Differenzen gibt, aber eben gleichzeitig zu sagen, naja, es ist zwar hier Theoriearbeit, aber Systeme gibt es wirklich, also eine ganz praktische Sache. Also Luhmann schrieb damals, Systeme gibt es wirklich. Es gibt Systeme, lautet der Satz. Sie sind Institutionen. Ihre Funktion ist, Erwartungen aneinander auszurichten und dann mit dem berühmten Satz, es geht darum, Unsicherheit zu reduzieren und so weiter. Und dann gibt es aber einen ganz interessanten Theorieapparat, im Theorieapparat, nämlich die symbiotischen Mechanismen. Denn man fragt sich so ein bisschen, ja gut, Politik, Wirtschaft, Familie, Wissenschaft, Kunst und so weiter, soziale Systeme, wozu, ja, was soll das Ganze? Und Luhmann hat eben über diese symbiotischen Mechanismen die Kopplung reingebaut zwischen sozialen Systemen und biologischen Systemen, also beispielsweise zwischen Politik und dem Bürger, dem die Politik ja zugutekommen soll. Und es funktioniert in der Systemtheorie über verschiedene Arten und Weise. Also die Politik organisiert Gewalt, indem sie sie vor allem einmal monopolisiert. Die Politik nimmt Gewalt nicht raus aus der Gesellschaft, aber sie sagt, wenn jemand gewalttätig ist, dann bin ich das, die Politik, die entscheidet. Sie überträgt dann dem Staat als Institution und allen angeklierten Organisationen und Menschen, die da arbeiten, in der Rolle des Mitarbeiters des Staates, eben das Gewaltmonopol. Die Wirtschaft organisiert Knappheit von Gütern in Bezug auf die Bedürfnisbefriedigung. Wenn wir alle konnten, könnten, wie wir wollten, würden wir in den Supermarkt gehen und alles kostenlos mitnehmen. Das muss irgendwie organisiert werden, sodass für alle so ein bisschen was da ist. Da gibt es dann Gerechtigkeitsdiskussionen und so weiter, aber die Wirtschaft organisiert erstmal die Knappheit von Gütern und stellt sicher, dass die Bedürfnisbefriedigung naja, so ein bisschen halt gut funktioniert. Die Familie kümmert sich um körperliche Nähe und Sexualität. Die Wissenschaft organisiert Wahrnehmung über den Code Wahrheit. Die Wissenschaft sortiert also alle Wahrnehmungen als für sie irrelevant raus, die nicht wahr sind, überlässt also sehr viel der Kunst, wo die Wahrnehmung organisiert wird, die über den Code Gefälligkeit. Wenn ich wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann gehe ich ins Labor und gucke nach. Und wenn ich Goethe lesen will, dann gehe ich in die Bibliothek und lese, weil es mir gefällt. Dass die Möglichkeit besteht, Harari zu lesen, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, und zwar inklusive Behandlung der aktuellen Fragestellung. Atomkrieg, Klimawandel, die Verknüpfung von biologischen und technischen Systemen, das sind ja die drei großen Themen von Harari, und gleichzeitig sozusagen im Schlepptau noch die Luhmannsche Systemtheorie mitzunehmen. Das macht mir richtig Vorfreude darauf, das Buch dann auch tatsächlich zu schreiben, wenn die Inhalte erstmal sortiert sind, weil das ist einfach grandios. Darauf haben wir alle gewartet, dass man die Luhmannsche Systemtheorie, wenn nicht weiterentwickelt, so doch zumindest nochmal guckt, was sie uns bietet für die postmoderne Gesellschaft. Sie ist ja eine Theorie für die moderne Gesellschaft. Und das kann man heute schon sagen, es wird sehr viel Moderne in der Postmoderne übrig bleiben, trotz technologischer Durchsetzung von allem. Hier an der Stelle hört das Gespräch allerdings leider auf. Herr Wilson geht dann auf Publikumsfragen oben über, die natürlich von Google-Leuten kommen, und wir wissen, bei Google arbeiten die klügsten Leute der Welt. Also gucken wir mal, welche Fragen sie so stellen. Wilson White ist ja selber Google-Mann, also stellt er die erste Frage mit Publikumsbezug, wo er schon mal drauf hindeutet, jetzt kann man hier auch freie Fragen stellen, stellt er selbst. Und was soll man sagen, ich finde es so ein bisschen komisch, wenn so ein kluges Kollektiv wie Google manchmal zu viel Input braucht, wie beispielsweise bei dieser Frage hier. Ich hätte gedacht, es verkneift man sich, aber nein. Of those questions, which do you think is the easiest to solve? And what should we be doing to go about solving it? Oh, what is the easiest to solve? Trying to get quick wins on the board here. Yeah. So you raise questions. I'll address the fake news question, not because it's the easiest to solve, but also maybe because it's one of the most relevant to what you're doing here in Google. And I would say that the current incarnation of the fake news problem has a lot to do with the model of the news and information market. That we have constructed a model which basically says exciting news for free in exchange for your attention. And this is a very problematic model because it turns human attention into the most scarce resource and you get more and more competition for human attention with more and more exciting news that, again, and some of the smartest people in the world have learned how to excite our brain, how to make us click on the next news story. And truth gets completely pushed aside. It's not part of the equation. The equation is excitement, attention, excitement, attention. And on the collective level, I think the solution to this problem would be to change the model of the news market to high quality news that cost you a lot of money, but don't abuse your attention. Da sitzen einige im Google-Publikum und nicken, weil sie genau wissen, was das Problem ist. Ich höre hier vor allem zwei Pointen raus. Also er wird gefragt, welches ist denn das drängendste Problem oder vielleicht das am leichtesten zu lösendste, was wir hier angehen könnten. Und Harry sagt, naja, ihr könntet ja mal aus dem Informations-Business, in dem ihr hier hauptsächlich drinnen steckt, das ihr vielleicht sogar erfunden habt, Aufmerksamkeits-Ökonomie, also die Aufmerksamkeits-Ökonomie oder zumindest die grundlegenden Sachen, Aspekte davon, wie beispielsweise Aufregung rausnehmen und Wahrheit reinholen. Also ein bisschen mehr Info und weniger Attainment. Das Ding ist nur, dafür gibt es ja keine Lösung, denn die Bildschirme sind nun da und sobald sie jemand nicht füllt, füllt sie jemand anderes. Und wenn Google sehr viel Geld investiert in Storys, die tatsächlich wichtig sind und relevant, beispielsweise für eine Wahlentscheidung und dann ploppt aber nur einmal die Woche eine auf, dann werden die anderen sechs Tage eben anders gefüllt. Also dieses Problem lässt sich so gar nicht lösen. Gleichwohl hat er recht, das hier anzumerken, weil Google das Problem hergestellt hat und damit sei jetzt keine Schuld zugeschrieben, sondern so ist es halt mit unintendierten Nebenfolgen. Man entwickelt Sachen und dann werden sie ganz anders verwendet, als man dachte. Hier gibt es eine interessante Parallele zur Umweltzerstörung. Man hat damals die Erfindung gemacht, Plastik aus Erdöl zu gewinnen, damit man nicht weiter auf die oberflächlichen Ressourcen der Welt zurückgreifen muss. Hätte man einfach nur in dem Maße, wie man damals auf die Ressourcen zugegriffen hat, auf Plastik gesetzt, wäre das alles kein Problem gewesen. Aber man hat auf einmal tausend und millionenfach so viel Verpackung hergestellt, wie man es vorher gemacht hat. Und damit hat man den positiven Nutzen durch eine unintendierte Nebenfolge natürlich wieder ausgemerzt. Das ist hier bei Google genau das Gleiche. Die Bildschirme sind jetzt in unserer Hand und wenn Google Betriebssysteme für Bildschirme baut, dann benutzt die jemand für seine Apps. Man könnte also nur ganz allgemein sagen, und das ist ein bisschen wie beim CO2, wenn man der Meinung ist, das Verbrennen fossiler Rohstoff, beispielsweise Öl und so weiter, Kohle, wäre schädlich, dann muss man damit komplett aufhören. Da muss man absolut darauf verzichten. Dann sollte man nur noch auf Energiequellen zurückgreifen, die eben nicht auf fossile Veroxidierung von Kohlenstoff zurückgreift, sondern nur noch in den bestehenden Kohlenstoffkreislauf eingreift. Das könnte man für das Problem, was er hier beschreibt, genauso formulieren. Man könnte einfach sagen, wenn es nichts Wichtiges auf einem Bildschirm anzuzeigen gibt, dann zeigt nichts an auf diesem Bildschirm. Aber man hat es halt mit Usern zu tun, die den Bildschirm trotzdem anmachen und dann auch trotzdem was sehen wollen. Und wenn es nichts Wichtiges in dem Moment gibt, dann gibt es halt alles andere auf dem Bildschirm zu sehen. Also in der Dernsicht ein sehr schönes, wie soll man sagen, etwas tückische, eine sehr tückische Antwort für die Google-Leute, weil sie haben es hier mit einem Problem zu tun, das sie verursacht haben, aber sie können es nicht lösen. Das ist super interessant und da, wie ich es herausgelesen habe, dieses Verzichtsargument so ein bisschen drin steckt, also zu sagen, sehr viel mehr Geld in die Investigation einer Nachricht stecken und dann eben den Bildschirm auch mal auslassen, wenn man ihn auslasst. Herr Rari wird hier in einer Publikumsfrage gefragt, wie er eigentlich selbst mit Bücherwissen umgeht. Wie liest er Bücher? Und er hält sich zu ziemlich an sein eigenes eben so ein bisschen rausgekratztes Dogma. Thank you. After reading your books, it occurs to me that you've most likely educated yourself both broadly and deeply to be the foundation for your ideas. For those of us that are interested in cultivating our minds similarly, I wonder if you could share a little bit about your reading habits and how you choose what to consume. Well, my reading habits. I read very eclectically. Like, no book is bowed from entering the book list. But then I tend to be extremely impatient about the books I actually read. I would begin like 10 books and drop 9 of them after 10 pages. It's not always the wisest policy, but it's my policy that if a book didn't really teach me something new, had some interesting insight in the first 10 pages, the chances it will, it could be that on page 100 there will be some mind-blowing idea that I'm now missing. But there are so many, I keep thinking there are so many books out, wonderful books out there that I will never read. So why waste time on a less optimal book? So I will try like a book on biology and then economics and then psychology and then fiction and whatever and just go through them quite quickly until I find something that really grabs me. Yeah, it reminds me a bit a bit of a reminder how Jan-Fran Frodeno is. That's he in his book wrote. So I read from this Iron Man Worldmeister maybe this year again. when he when he Appetit auf etwas hat, he gives him the Appetit not but not but wait 24 Stunden if he then immer noch Appetit on etwas has. He legt sich also eine Sache die ihm vermeintlich schmecken könnte erstmal auf den Küchentisch und guckt sie sich einen Tag lang an und trifft dann selber eine Entscheidung darüber ob er es isst oder nicht und so wie Jan Frodeno auf seinen Körper achtet Yuval Harari auf seinen Geist Nun macht es keinen Sinn nur den Buchdeckel anzugucken aber er nimmt sich ganz spezifisch die ersten zehn Seiten und testet die erstmal und macht dann auch einen radikalen Strich also wenn die ersten zehn Seiten nicht überzeugen liest er das Buch nicht weiter er lässt sich nicht treiben von was auch immer sondern es muss zur Fragestellung die er formuliert passen und dann liest er und wenn es nicht passt liest er nicht aber lässt sich nicht treiben das geht natürlich nur bei Büchern so man kann sich also bei TikTok man scrollt eh nur durch die Videos sind zu kurz um überhaupt eine Entscheidung zu treffen Instagram Twitter Social Media genau das gleiche deswegen finde ich es noch mal zusätzlich interessant dass er beim Thema Reading Habits dann tatsächlich nur auf Bücher eingeht und eigentlich auf den ganzen Rest denn ja Bücher liest man und der ganze andere ist das ist kein Lesen was da stattfindet er hat dann hier auch auf eine Publikumsfrage hin eine ganz wunderbare wie soll man sagen schöne letzte Antwort gegeben auf eine sehr google spezifische Frage ich finde es wirklich erstaunlich wie er wie ich finde egal wo er ist ich habe jetzt schon mehrere Gespräche geguckt ein paar liegen hier auf Halde wie er die Situation immer genau nutzt um einen echten Punkt zu machen when I talk about the future I define myself as a historian because I think that history is not the study of the past history is the study of change how human societies and political systems and economies change and what I try to do is to map different possibilities rather than make predictions this is what will happen in 2050 and we need to keep a very broad perspective one of the dangers ist, wenn wir eine sehr narrowe Perspektive haben, wie wir eine neue Technologie entwickeln und wir denken, oh, diese Technologie hat diese Auskunft. Und wir sind überzeugt von dieser Prediktion. Und wir haben nicht in die Frage, dass die gleiche Technologie auch sehr unterschiedliche Auskunft haben. Und dann haben wir nicht vorbereitet. Und wie gesagt, in der Beginn ist es besonders wichtig, dass es wichtig, die Worte möglichen Auskunft haben, in order to beware of them. So I would say, whenever you're thinking about the future, the future impact of a technology I'm developing, create a map of different possibilities. If you see just one possibility, you're not looking wide enough. If you see two or three, it's probably also not wide enough. You need a map of like four or five different possibilities minimum. Das ist einfach eine spektakuläre Antwort auf eine Frage für eine Software-Schmiede. Bauen Sie nicht nur eine Zukunft, sondern entwickeln Sie mehrere Zukunftsfantasien. Auch wenn Sie der dann nicht weiter nachgehen, stellen Sie zumindest die Fantasie einer Zukunftsvariante mit in den Raum. Software ist nun mal sehr deterministisch. Google Maps funktioniert für alle Menschen auf der Welt gleich. Egal, warum man es benutzt. Früher hat man Navigationssysteme benutzt, um zu wissen, wo es lang geht. Das ist heute schon nicht mehr die primäre Aufgabe. Die primäre Aufgabe des Navigationssystems ist, die Frage zu klären, wann komme ich an? Menschen fahren den immer gleichen Weg, aber sie wollen wissen, wann komme ich an? Also hat Google diese ganzen Stausachen eingebaut und Baustellenerkennung und so weiter und so fort. Aber es ist für alle immer die gleiche App. Google kann dann nachsteuern, wie die Apps funktionieren. Man kann den primären Zweck unwidmen. Man kann das User Interface anpassen an neue Herausforderungen, an neue Kundenwünsche, wie auch immer. Aber es bleibt für alle immer dieselbe App. Und er wendet sich hier genau dagegen. Sitzen Sie nicht nur rum und entwickeln Sie aus einer Idee eine Lösung, sondern entwerfen Sie eine Landkarte. Und genau das kann ein Softwareunternehmen nicht. Also er hat hier wieder einen unlösbaren Arbeitsauftrag, weil er danach gefragt wurde, Google mitgegeben. Es erinnert mich ein bisschen seiner Antwort, entwerfen Sie Zukunftsfantasien an die Arbeit des IPCC, also des Weltklimarats an die UN angegliedert. Der sagt eben nicht, in so und so vielen Jahren ist das und das, sondern er hat zwei Unsicherheiten, zwei Variablen, bei denen wir nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Das eine ist der menschliche Wille. Es könnte ja sein, dass man sich in zehn Jahren entscheidet, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Beispielsweise, weil selbst der amerikanische Präsident, wer auch immer das dann ist, überzeugt ist, 97 Prozent von Florida überflutet, ist keine gute Aussicht für Amerika. Also tun wir jetzt schon mal was dagegen, wo nur drei Prozent überflutet sind. Das ist ein Szenario auf der Landkarte. Zweites Szenario, es gibt technische Errungenschaften, die heute noch nicht absehbar waren, oder Preisverfälle in, was weiß ich, Windkraft. Das muss dann auch in die Gleichung mit rein. Drittes Szenario, niemand macht irgendetwas. Alles geht weiter wie bisher, aber wir wissen nicht genau. Warmes Wasser breitet sich mehr aus, bindet Sauerstoff anders, plötzlich gibt es mehr Algen und so weiter. Auch da Unsicherheiten. Also man lässt immer noch Lücken für, da ist noch Forschung vonnöten. Im Grunde müsste man alle politischen Entscheidungen genau so machen. Die ganze Angst vor einer Umfolgung, in Deutschland beispielsweise, beruht auf einem Papier der Vereinten Nationen, das habe ich vorhin kurz schon genannt, in dem prognostiziert wird, wie viel Einwanderer Europa braucht, wollte es seinen Wohlstand halten, wollte es die Bevölkerungsgrößen beibehalten. Ein Szenario davon war, 48 Millionen Einwohner mehr zusätzlich, neben den Geburten sind vonnöten, um das Wohlstandsniveau 2050, auf dem von 2019 oder sowas, zu halten, ermessen an dem Erwerbspersonenpotenzial. Also, arbeitsfähigen Menschen zwischen 16 und 65 oder so. Daneben stehen aber noch 5 andere Szenarien. Die Rechtspopulisten saßen also in Polen, Tschechen, Ungarn und Ostdeutschland da, und haben gesagt, wir picken uns jetzt mal diese eine Variante raus, und schmeißen die andere Landkarte weg und erregen unsere ganzen Länder. Und genau so funktionieren Software-Schmieden. Man hat einen großen Plan an der Wand, wie so ein User-Interface aussehen könnte, und dann baut man genau die eine Variante, von der man glaubt, dass sie für alle irgendwie das Beste ist. Und genau dagegen wendet sich Harari. Und genau das kann aber Software nicht liefern. Und da steckt dann auch diese kleine Pointe drin, wenn wir tatsächlich den Politiker als Menschen rausnehmen, sowie den menschlichen Sporttrainer. und die Technologie reinholen. Schieben wir dann genauso die Möglichkeit hinaus, noch über Landkarten zu diskutieren und Varianten miteinander abzuwägen? Oder lassen wir uns von Technologie nur noch eine Beschlussvorlage für politische Entscheidungen vorlegen, weil irgendein Algorithmus gesagt hat, das ist jetzt die beste Variante für alle. Also hier ist Harari ganz wunderbar, ganz fruchtbar. Ich finde das richtig gut, wie er da sitzt und den Leuten den Spiegel vorhält. Und genauso begeistert mich auch wirklich das Schlusswort, dass er hier nochmal Wilson gibt. So, if you had a magic wand and you could give Google the next big project for us to work on in 30 seconds or less, what would you grant us as our assignment? An AI system that gets to know me in order to protect me and not in order to sell me products or make me click on advertisements and so forth. Alright, mission accepted. Thank you guys. Ja, auf der einen Seite diese Frage, das ist wirklich, er hat gerade noch davon gesprochen, halten Sie sich eine Landkarte offen, ja, seien Sie fantasievoll, haben Sie immer mehr als eine Variante, arbeiten Sie nicht alternativlos. Und dann ist die letzte Frage, die er hier bekommt, wenn Sie einen Zauberstab hätten, der nur eine Sache macht, hätte Harari auch sagen können, haben Sie mir gerade nicht zugehört, arbeiten Sie nicht mit Hilfe eines Zauberstabs, der Ihnen nur eine Sache ermöglicht, sondern halten Sie sich immer Alternativen offen. Na gut, er geht darüber hinweg und nimmt die Frage an und sagt dann, wenn Sie schon den einen Zauberstab in meiner Hand entwickeln, nämlich das Smartphone, das mit künstlicher Intelligenz durchsetzt ist, schreiben Sie diese künstliche Intelligenz bitte so, dass sie mich beschützt und nicht Ihre Profitinteressen. Ich brauche eine künstliche Intelligenz, die meine natürliche Intelligenz unterstützt und keine, die mich die ganze Zeit verführt, hier nochmal auf den Link zu klicken und da nochmal und so weiter und so fort. Also es ist eine wahnsinnig großartige Sache gewesen da bei Google, ich habe das mit Genuss verfolgt, ihr hoffentlich die Ausschnitte auch nicht ganz blöd gefunden, aber das ist grandioses Zeug und jetzt schließen wir die Klammer, vorhin haben wir sie aufgemacht mit den Wahlen in Ostdeutschland und mit der Aussicht und meiner Aussage, es ist egal wer da gewinnt, solange nicht die AfD in irgendwelche wichtigen Ämter kommt, ist es wirklich egal wer da die nächsten 5 und die nächsten 10 und die nächsten 15 Jahre regiert. Es gibt andere Wahlen, wo es nicht ganz so egal ist, das ist vor allem in Ländern, die keine Rentnerrepubliken sind, sondern die Handlungsvermögen haben, damit ist vor allem Amerika gemeint und wir haben nun einen Kandidaten, der dort wirklich einen Unterschied macht, was das angeht, er ist jünger, er kommt aus einer anderen ethnischen Kohorte, würde ich mal sagen, als die ganzen anderen weißen Dudes und Dudesses, also Frauen waren mit einbegriffen, die Chancen haben neben Camilla Harris. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und das ist Andrew Young. Andrew Young hat nun diese Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Okay, darüber kann man dann streiten im Sinne von Harari. Man kann es gut finden, dass es zumindest schon mal für 300 Millionen Amerikaner ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und vielleicht kriegt man dann über Freihandelsverträge, keine Ahnung, es auch hin, es auf die Mexikaner und die Kanadier so weiterzuentwickeln, dass sich Länder, die sich entscheiden, so eine Art von bedingungslosen Grundeinkommen einzuführen, dann auch in Schicksalsgemeinschaften, wie wir heute Freihandelszonen haben, eben in irgendwelche neuen Bündnisse eingehen, wie auch immer, also wie auch immer sich Politik globalisieren kann. Es könnte ein Anfang sein, dass man schon mal hunderten Millionen Menschen einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlt, und damit vorbildhaft für andere Länder ist, um zu zeigen, wie es geht. Und Andrew Young hat sich sehr schwer getan, überhaupt als Kandidat zu wirken. Er stand auf der Bühne in der ersten Debatte, hat er nicht mal drei Minuten Redezeit gehabt. Nun hat er sich allerdings schon für die nächsten Debatten qualifiziert. Dort werden weniger Konkurrenten auf der Bühne stehen. Die Gouverneure sind fast alle raus, sind nur noch die Senatoren drin und er. Und er hat vor einer Woche am 23. August eine Rede gehalten beim DNC, keine Ahnung, also Parteiveranstaltung. Ich habe danach gesucht, was das für eine Veranstaltung ist. Ich weiß es nicht, aber er hat acht Minuten lang eine Rede gehalten, die einen Unterschied macht, würde ich sagen, die ihn als Kandidat tatsächlich ins Rennen bringt. Vielleicht nicht 2020, aber vielleicht 2024, 28, wie auch immer, 32. Er hat da genug Zeit. Und ich dachte mir zum Ausklang, da wir es hier mit dieser Sachsen-Thüringen-Brandenburg-Wahl zu tun haben, gucken wir uns doch mal an, wo Politiker, wo Politiker als Menschen noch einen Unterschied machen können, wo es Handlungsvermögen gibt, wo es Budgets gibt, wo man was machen kann, wo große Ideen im Raum stehen. Und wir gucken zum Ausklang einfach Andrew Yang. Please welcome Mr. Andrew Yang. Hallo, members of the DNC, it's phenomenal to be here with you. It's an honor and a privilege. It's a privilege because you all control the future of the country. It's why you wade through the rules and bylaws and credentialing to get to the good stuff. What is the good stuff? The good stuff is answering the greatest question of our time. And I will say we have to get this question right. The question is why the heck is Donald Trump our president? How did that happen? If you turn on the cable news broadcasts you might get a cocktail of answers. Some mixture of Russia, racism, Facebook, FBI, Hillary Clinton. But the numbers tell a different story and I'm a numbers guy. The numbers tell a very clear and distinct story that the reason why Donald Trump is our president today is that we automated away four million manufacturing jobs in Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Missouri, and Iowa, all the swing states that Donald Trump needed to win and did win. We are here together in San Francisco, the hub of technology, and what we did to the manufacturing jobs, we will now do to the retail jobs, the call center jobs, the fast food jobs, the truck driving jobs, and on and on through the economy. How many of you have noticed stores closing where you live? I know you're from all over the country. And why are those stores closing? One word answer, Amazon. Amazon soaking up 20 billion dollars in business every single year. How much are they paying in taxes? Zero. Less than everyone here in this room. That is the math. 20 billion out, zero back. Most common job in most of the country is being a retail clerk. The average retail clerk is a 39-year-old woman making between nine and ten dollars an hour. When her store closes, what is her next move going to be? When you call the customer service line of a big company, and you get that bot, what do you do? What's your next move? If you're like me, you go zero, 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 representative, representative, human, human, until you get someone on the line, right? In two or three years, the software is going to sound like this. Hey, Andrew, how's it going? What can I do for you? You might not even realize it's software. It's going to be delightful, seamless, efficient. What is that going to mean for the two and a half millions Americans who work at call centers right now making $14 an hour? Driving a truck is the most common job in 29 states in this country, and my friends here in Silicon Valley are working on trucks that can drive themselves. They tell me they are 98% of the way there. What is that going to mean for the three and a half million Americans who drive a truck for a living right now, or the seven million Americans who work at truck stops, motels, and diners that rely upon those truckers getting out and having a meal? We talk about it like Donald Trump is the cause of all of our problems. He is not. He is a symptom. He is a manifestation. We are going through the greatest economic transformation in our country's history, what experts are calling the Fourth Industrial Revolution. When's the last time you heard a politician say the words Fourth Industrial Revolution? Just now. And I am barely a politician. So the question is, what are the Democrats going to do about it? We have to make it known to our fellow citizens that it is not immigrants that are causing these problems. It is technology. Immigrants are getting scapegoated for something they have nothing to do with. So the question is, how do we solve this problem for the American people? We have to take a new vision to our fellow citizens as fast as possible. If you've heard anything about me and my campaign, you've heard something like this. There's an Asian man running for president who wants to give everyone $1,000 a month. Remember hearing that? Remember the first time you heard that? Nothing quite like the first time. Am I right? The first time you heard it, it seemed like a gimmick. It seemed like there's no way that would ever happen. But if you dig into our country's history, you find this a deeply American idea. Thomas Paine was for it at the founding of our country. He called it the citizen's dividend. Martin Luther King championed it and fought for it in the 60s. And it is what he was fighting for in the day he was assassinated in 1968. A thousand economists endorsed it in the 60s and 70s. It was so mainstream that it passed the U.S. House of Representatives twice in 1971 as the Family Assistance Plan. And 11 years later, one state passed a dividend where now everyone in that state receives between $1,000 and $2,000 a year. No questions asked. And what state is that? And how do they fund it? And what is the oil of the 21st century? Technology, that's right. AI, data, software, autonomous vehicles. A study just came out that said that your data, our data, is now worth more than oil. How many of you received your data check in the mail? None of us. In Alaska, they call this the oil check and they love it. We're going to call this the tech check. And all of America is going to love it. And I want you to think about what $1,000 a month would mean in our communities. It would mean stronger families, higher graduation rates, lower stress levels, less domestic violence. It would start to recognize the work that's actually being done in our communities every single day. It would create millions of new jobs, would supercharge the arts, creativity, volunteerism, culture, and political engagement. This is the trickle-up economy from our people, our family, and our communities up. This is the vision that will win in 2020. And while I'm talking about trickle-up change, we need to have trickle-up political change, which means empowering the state parties. We need to have a 57-state strategy if we're going to win and the days to come. I get it. I'm an operator. The action happens on the ground. We have to empower people on the ground. We can't stop here with a trickle-up economy. How many of you were excited about GDP when you woke up this morning? How many of you were like, I'm going to make a big contribution today. I can feel it. If you think about it, we're at record high levels of GDP, also at record highs in this country right now. Suicides, drug overdoses, anxiety, depression, financial insecurity. It's gotten so bad that our life expectancy has declined for the last three years in a row. Last time our life expectancy declined for three years in a row? The Spanish flu of 1918. Global pandemic. That's the last time it happened. We need to evolve to the next set of measurements. And I talk about my wife who's at home with our two young boys, one of whom is autistic. What is her work included at in GDP every day? Zero. And we know that's nonsense. We know it's the opposite of the truth. We know that her work... I was off the trail for a couple days taking care of my kids. And you know what I said after two days? Get me back to running for president as soon as possible. And if you're a parent, you know exactly what I'm talking about. It's the hardest work there is, but the most important. Instead of this GDP measurement that's running us off a cliff, we should be measuring our shared progress through health and life expectancy. Mental health and freedom from substance abuse. Clean air, clean water. Childhood success rates. This is a vision of an economy that would actually work for the American people. Right now the Democratic Party is being cast as the party that wants to spend money. We want to move society forward and we need the right measurements to do that. So this is the vision we have to take to the rest of the country as fast as possible. We have to solve the problems that got Donald Trump elected. If you remember in 2016, what did he say? He said we're going to make America great again. And then what did Hillary respond? America is already great. And that did not quite work. His solutions were garbage and nonsense. He said we're going to build a wall, we're going to turn the clock back, we're going to bring the old jobs back. We have to do the opposite of all that. We have to turn the clock forward. We have to accelerate our society and economy. We have to evolve in the way we think about work and value. And I am the ideal candidate for that job because the opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math. Thank you very much Democrats. Thank you very much. Let's make America think harder and win. Thank you. Ja, jetzt kann man natürlich immer darüber streiten, was er für Lösungen anbietet, aber wie erholsam ist es eigentlich, einfach mal kurz zuzuhören, dass jemand zumindest die richtigen strukturellen Grundlagen nennt und damit meine ich überhaupt meine strukturelle Grundlagen, also nicht wie viele andere Biden, Harris und so weiter anzutreten mit dem Argument in In Donald Trump steckt ein Gehirn, das uns nicht gut tut. Ja, lass ihn denken, lass ihn machen, keine Ahnung. Das ist nicht das Problem. Es gibt ein strukturelles Problem, das zu lösen ist. Donald Trump hat, ohne es zu benennen, auf der Gefühlsebene ein Angebot gemacht. Das war scheiße. Und jetzt sollte man eine Alternative wählen. Unter der Maßgabe ist das wirklich gut, ihn da zu sehen. Vielleicht kriegen wir wieder so ein Phänomen, dass er die anderen Demokraten vor sich hintreibt, so wie Bernie Sanders Hillary Clinton zu einer fast sozialistischen Kandidatin gemacht hat, damit sie es schafft, sich gegen ihn zu wehren. Dann kann er jetzt den anderen so ein bisschen Feuer machen oder je nach Performance selber Erfolge einfahren. Vielleicht nicht als Präsident, aber irgendwo anders. Amerika ist, die Landkarte ist ja groß in Amerika. Es ist ja nicht nur eine Variante Präsident zu werden, sondern es gibt ja viele. Also mit diesen guten Worten von Andrew Young können wir hier heute beschließen und beim nächsten Mal dann wahrscheinlich wieder nochmal Harari hören. Ciao. Ciao.